Hallo bei TechStage, hallo aus Berlin von der IFA, derzeit von der Microsoft-Pressekonferenz. Fast wäre es mir wieder rausgerutscht. Nokia ist es ja gar nicht mehr. Zwei neue Lumias haben wir schon gesehen. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen Zugehör an. Und zwar eine eigentlich ganz einfache und relativ witzige Sache. Eine Ladeplatte. Ladeplatte klingt irgendwie ein bisschen doof. In diesem Fall handelt es sich um die Wireless Charging Plate DT903. DT903 lange musste ich dafür üben. Und das Witzige daran ist, da ist ein bisschen Intelligenz drin. Das Ding überträgt nicht nur Strom, sondern auch Daten. Und wenn ich nach Hause komme und die Plattform auf meinem Schreibtisch oder auf meinem Nachttisch blinkt, so wie sie es jetzt hier gerade tut, dann sagt sie mir, hey, pass mal auf, mein Freund, das Handy, was du gerade in deiner Hosentasche hast, da ist demnächst der Akku leer. Lad es mal besser auf, dann lege ich es einfach drauf, es verbindet, es lädt und das Geblinke hört dann auch relativ schnell auf. Was wir ansonsten noch haben, neben diesem langsamen Blinken, um mir zu zeigen, dass der Akku bald leer wird, ist auch ein kurzzeitiges Blinken. Das kann ich jetzt hier mal mit dieser Demo-App demonstrieren. Dieses kurze Aufblinken bedeutet letztlich, hey, da gibt es eine verpasste Nachricht, also eine Notification zum Beispiel von Facebook, ungelesene E-Mails, verpasste Anrufe und so weiter. Dann blinkt diese Platte auf und das funktioniert sowohl, wenn das Gerät zum Laden drauf liegt, als auch, wenn ich es einfach in meiner Hosentasche habe. Es ist einfach nur ein kleiner, netter Hinweis. Wir haben drei verschiedene Ausführungen, in Grün, in Weiß und in Orange, passend zu den Rückschalen, farblich angelehnt derzeit hier an die frisch vorgestellte 730er Serie. Das hier ist es 735, funktioniert aber auch mit allen anderen Nokia-Smartphones, Lumia-Smartphones, die das Denim-Update bekommen, also inklusive zum Beispiel auch 930, 830, 920, 1520 und vermutlich hoffentlich auch 1020, werden wir noch rausfinden. Einziger Haken an der Sache, ist ja eine coole Angelegenheit, aber 59 Euro kostet diese Ladeschale. Und 59 Euro ist natürlich für ein einfaches Ladegerät kein Pappenstil. Wer es aber gerne schön hat, kann es sich natürlich auf den Schreibtisch stellen. In diesem Sinne, bis bald, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Mehr von TechStage, mehr von der IFA, seht ihr auf techstage.de bei unserem YouTube-Channel und nicht vergessen, von Freitag bis Montag senden wir live zusammen mit den Kollegen von GIGA von der IFA. Bis dann, ciao.